Ich heiße Clément Tarteau, wohne in Hagen im Bremschen und bin 25 Jahre alt. Ich werde jetzt 2 für 1 für Deutschland tippen. Also Frankreich muss man auch ein Tor lassen, deswegen 2 zu 1. Vielleicht ein Tor von Giroud, weil er ist mein französisches Lieblingsspieler. Und deutsche Seite ein von Müller, dass er endlich einen reinkriegt. Gomes ist jetzt nicht drin, dann lassen wir den 2 für Özil, wenn er wieder spielt.